Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ich bin euer Fero-Boot. Ja, Malekief, oder wie er immer hieß, hat sich als Verräter ausgestellt. Er war der Lord. Uiuiui. Ja, den ganzen Silberschwerter hier hat natürlich am Boden zerstört. Vor allem, weil auch Sefri auf diesem Tisch gestorben ist. Ja. Aber immerhin hat sich uns jetzt Lohr angeschlossen. Er ist der vierte in der Party. Und wir haben noch ein Gespräch. Was wollen wir uns machen? Ich habe es vergessen, dass wir das vorhin erwähnt haben, aber... irgendwelche Enemies, die wir gegen uns mit wirklich harte Defensoren gehen, lasst du sie mir einfach. Harte Defensoren? Du meinst wie Enemies mit Schildern und Dinge wie das? Schilder, Schäle, Armour, was auch immer. Wenn du diese Enemies von der Front attackst, dein Blows mostly get blocked, right? Sure. So, you're saying you have a counter? Es ist nichts Fancy. Let's just say I have a knack for busting open tough, sturdy stuff. Es ist schwer zu erklären, aber ich fokuse meine Energie, und dann schaue ich ein bestimmtes Punkt mit allem, was ich habe. Wenn ich es richtig mache, dann ihre Defensoren kommen zu schlafen. Really? Aber ohne Astral Arts, wie kann man... Wenn er sagt er kann, dann kann er es tun. Und wir können ihm vertrauen. Danke, Alphen. Obwohl, zwischen dir und mir, gerade jetzt ist nichts, was ich mehr will, als Gannippels schuldige, schuldige Gesicht. Ich denke, du hast deine Chance schnell genug, Law. Okay. Die Musik ist total dramatisch, episch und alles. Aber es ist gerade so eine Ruhephase, So, woher müssen wir denn hin? Ich gehe jetzt zum Hauptplatz. Okay, äh, dürfen wir reisen? Und dürfen wir reisen? Reisen, bitte. Bin ich jetzt einfach mal so dreist? Ah, natürlich sind die Gegner. Boom. Okay, ich habe ihn noch mal erwischt. Okay, ich habe ihn noch mal. Boom. Gott, ich habe es ja nicht mal richtig genießen. Okay, ich habe es ja nicht mehr genießen. Auf Platz. Sesam, öffne dich. Ja, hier waren wir ja. Anschauen wir doch mal. Zack, zack. Zack, zack. Boom. Aha, never missed. Einschränkchen vorausgekickt. Alles mit dir wieder? Okay. Das war es, glaube ich. Boom. Ja, aber schön. Wenn die irgendwo was, was sie aufheben könnten, vielleicht, irgendwie so. Ist sie aber nichts. Aber das sind die Nächsten. Na, das sind dann wahrscheinlich die Gegner, die er meinte. Die Sonne Brille steht ihm gut. Wird wohl ge... Wir wurden wohl gehört. Schaut euch diese riesigen Schilder an. Aber das ist das mir. Ich zerschmetter es in tausend Teile. Also wieder ein Tutorial. Ja. Loras Boosterangreif. Ein fester, einen kraftvollen Schlag mit Lor von, äh, von, äh, von, äh, von Lor von Sephri gelernt. Effektiv gegen gepanzerte Gegner und Gegner mit Schilden. Durchbricht ihre Abwehr und steckt sie nie, steckt sie nie, steckt sie nie wieder. The Toro will begehen. Okay. Annen. Annen. Boom. Oh. Recherforst. Ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte eigentlich. Wir machen. So ein Schild schrotten. Oh. Easy. Aber ich bin nicht auf dem leichtesten Schild jetzt gerade hin. Ups. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Du denkst, sie waren in der Habit, zu lassen ein Danon, wie ich, in mir drin? Point taken. Die Astral-Energie ist auf der Bühne. Es ist fast wie es sich auf mich befindet. Du kannst es? Der Schild muss sich mit dem Schild. Mein Schild ist, es wird stärker, die deeper wir gehen. Es muss sein, die Schild-Energie. Du kannst du alles sagen, dass es mit Stored Astral-Energie ist. Wir können nicht Gannabelt benutzen sie gegen uns. Dann können wir sagen, das ist sein Plan A. Hm. Lass ihn versuchen. Ich werde alles, was er an uns verletzt hat. Also ist das jetzt sozusagen das Schloss vom Lord? Aber ist das das Schloss, was wir gesehen haben auf der Klippe? Da ganz doof gefragt. Verschlossen. Hier wieder eine verschlossene Tümer-Sonne da rein. Okay. Das wollte ich gar nicht. Ich wette, wir können ihn nicht nutzen. Sieht aus, als würde die Saut nicht bewegen. Damit gibt es den Weg nach oben. Wollte ich, glaube. Wir sollten uns dieses Schlagwerk in Ruhe untersuchen. Und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Sie hat recht. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Ich hoffe, jetzt ist es nicht so ein Dauerding, wie wir das schon beim letzten Mal erlebt haben. Was ist das? Das sieht aus wie eine Art Wand. Hier gibt es scheinbar kein Durchkommen. Das soll vermutlich ein Ring, der wir uns draußen halten. Deiner Welt macht es uns wirklich nicht leicht. Wir müssen wohl einen Weg drumherum finden. Mach mal Platz. So eine Wand kann ich mir los durchbrechen. Sieh einfach zu. Oh. Etwa diese HP. Ja. Easy. Was der nicht alles kann, ey. Puh. Du siehst erschöpft aus, Lord. Geht's dir gut? Ja, nicht so. Womit ich nicht zurecht käme. Lass uns weitergehen. Okay, also nur Gegner. Einige Gegner. Eieiei. Jetzt kämpf ich gegen einen. Wow. Zwei Stück Lippisch. Weil wir hier noch mal... Oh Mann, zwei. Zack, zack. Oh, tut's doch mal. Jetzt sind wir noch welche, oder nicht? Ich bin gleich hinter dir, Shion. Was ist denn hier? Ein bisschen Schwein. Milch. Und Orangengelee, okay. So, wo ist denn der Rest? Da. Komm her, Jungs. Zack, zack. Boom, boom, boom. Erledigt. Wir haben schon ein starkes Team zum Gestüt. Oh, guck mal. Wie soll ich reden? Was tut man eigentlich das Ziel, oder wie? Okay. Ich weiß gar nicht, ob es da drin war. Oh, es sind ein paar mehr Gegner. Dann kommt mal. Oh, ja. So, boom. Boom. Und. Oh, sie sollte ernsthaft auf acht sind. Oh, hier ist aber gar nichts drin. Warum schützen die das Ding? Da frage ich mich. Toi, eben unterbrechen. Dann kommen wir weiter durch. Er sagt, wir unterhalten euch jetzt nicht mehr. Wie fies ist das denn? Höx, elakst, 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 trit, oder wat? Erstmal alle Tasten durchprobieren, ne? Da. Elakst, 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 trit. Ähnlich schon der Licht- und Nukleide-Resistenz steigert. Gut, dann quatsch ich mir jetzt also erstmal mit dir hier. Schau mal. Ganz ja wichtig zu sein. Wartet, ich bin nicht euer Feind. Ich gehöre zu den Silberschwertern. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr auch auf unserer Seite, ja? Ich habe die Schlangenaugen infiltriert, um an Informationen über sie zu gelangen. Kann ich euch irgendwie bildlich sein? Ihr sucht nach einer Möglichkeit, den Aufzug zu aktivieren? Tut mir leid. Darüber habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber direkt gegenüber vom Eingang befindet sich ein Büro. So, wie ich gehört habe, wie ich hörte, ist in dem Büro angeblich ein Gerät am Schreibtisch, in dem man eine Tür zum Block am anderen Ende der Anlage öffnen kann. Der Sammelraum ist leider vermutlich versperrt. Irgendwo in diesem Block sollte es noch einen Ersatzschlüssel geben. Hoffentlich hilft euch das, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Okay. Und jetzt also zum, äh, Schreibtisch, oder wie? Ja, wenig, ne? Hier war ja nur die Kiste drin gewesen. Und hier war auch nichts gehörnosen Art Versammlungsräumchen, kann man sagen. Na ja, schauen wir mal. Bitte suchen eh alles, von daher. Nachher alles, 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 alles. So, wir könnten auch noch hochgehen, theoretisch, glaube ich. Aber wir gehen erstmal hier hin. Hier dürfen wir nicht, okay. Dann müssen wir hier hoch. So. Auch verschlossen, hä? Nicht verarschen. Amts für zivile Beobachtung. Ach, Gegner sind jetzt alle wieder da. Ach so, okay, cool. Aber, oh man. Ich will den anderen angreifen. Und ihr beiden, kommt. Blitzende Tiger-Klang. Nicely done. Doch hier. Was soll ich denn hier machen können? Ich verstehe es nicht. So, also, die Karte sagt, ups. Suche den Erstjog am R... Ja. Mensch, hab ich gemacht. Ich kann mich weiter, sagte mir der Typ ja hier gegenüber vom... In dem Büro. Zack. Lightning Tiger-Blade, bam. Port erledigt. Im Büro ist, dann gebe ich ein Gerät am Schreibtisch. Im Büro, ja. Das Ding sieht als... Sieht in einem Büro aus. Das hier. Und hier soll ein Gerät sein. Aber hier ist noch ein Kompass. Den kann ich aber nicht nehmen. Oh, da. Oh, da. Das ist doch nicht der Schreibtisch, Junge. Jetzt bin ich überenttäuscht. Okay, da kommen wir jetzt irgendwo unten rein. Ich probiere es mal unten. Oh, guck mal, hier. Oh, schön, Mann. Oh, ich bin echt hart, scheinbar. Schau mal. Ich weiß nicht, wie richtig war. Hier Gegner vollstanden. Ah. Also unten einfach wieder der eine Raum, der halt eben dafür da ist, verschlossen zu bleiben, scheinbar. So, machen wir was hier. Machen wir noch was. Einen Apfel in der Couch gefunden. Mmm, lecker. Oh, das war falsch, ja? Boom, boom, boom. Oh, Mann, oh, ich will mal wieder mit ihr machen. Ich will zwei machen und wie keiner auch Betzes haben. Oh, dann haben wir es bekommen. Prinz der Eisernen Fäuste. Oh, okay. Cool. Einfach so mitten im Kampf einfach mal reingeworfen. Wo war ich denn dran geraten, letztes Mal. Hier war ich noch dran. War ich noch 1.000 für, okay. Sie, bin ich hier dran, ne? Okay, wir wollen. Zack. Sie hier. Hier dran, mal 1.500. Ja, ja, ja. Und für ihn. Und für... Okay, mehr, okay. Okay, okay. Und wie hier drittig. Ich hab ein paar Booster in der Luft. 35. Schmiedete Waffentypen zählen, okay. Dann sparen wir einfach mal. So. Nix hier. Ja. Okay Let's go Wir sind schon am Ende angekommen Letztlich hast du einen Knopf unter dem Schraubtisch gefunden Den Knopf mal Der Eingang neuerlich Der Eingang ist der Eingang, der Eingang scheint sich gemütlich zu haben Okay Wahrscheinlich darf ich jetzt noch mal gegen den ganzen Gegnern runterkämpfen Oh, ist immer schön Wenn ich das nicht machen muss Okay, angenehmer So, ich höre doch schon wieder aufs Knorren, aber dafür sind da jetzt eigentlich natürlich Ich höre doch nicht Okay Okay Das ist immer natürlich mal ein, äh... Irgendwann das Wechsel Oh mein Gott. Zack. Schauen wir mal. So, hier geht's in den Keller. Okay. Und jetzt die Folterkammer? Schon mehr so weh, gell? Ich weiß nicht, wie stark du bist. Ich speichere mal. Und ich speichere mal hier. Zack. 1 Stunde 41 bin ich schon. Verschlossen, schade. Ich bin natürlich gerne befreit, weil ich gegen Tierquälerei bin. Oh, guck mal, die sind auch wieder hier lebendig, oder nicht? Ganz viel weise. Oh, guck mal, ganz plötzlich jetzt... Oh. Wieder gemetzelt alles einfach. Oh boy. Apfel. Wieder hinterliegen. Einmal den Schlüssel. Hallo? Na? Kommt ihr nicht an mich ran? Oh mein Gott. Oh. Erstmal den Schlüssel. Erstmal den Schlüssel! Mirage! Wow! Zack. Erledigt. So. Aufzugschlüsse. Sieht das wie ein Elevator-Key für euch, Leute? Nur ein Weg, um herauszufinden. Let's go! So. Ich würde gerne noch mal gegen das Bösenchen kämpfen. Hallo? Wahrscheinlich bist du aber echt ein starker Gegner, denke ich mal. Oder wir dürfen noch gegen dich kämpfen. Das ist einfach nur ein Spoiler. Ich hätte vom Aufzug hängen jetzt wieder Soldaten. Nicht? Aber nee. Wie kommt es, dass hier keine Soldaten hängt? Na gut, ist das aber jetzt ein bisschen anders als Mersen-Lord-Form da? Lodschloss? Ja, und hier gibt's einen Hodel. Alle haben mich bemerkt scheinbar. Okay. Und merkt mich doch. Ist mir doch egal, also. Ja. Ja, ronkelst du bei mir ein bisschen? Ja, wie komm ich? Bin hier gestartet? Ah, ich kann hier lang. Ja, ja. Ja. Ich sag. Boah. Boah. Na, ist halt so. Ja. Warum kriegt's die Sion, äh, oder Sion, äh, so viel mehr? Ja. Und boom. Vielleicht nur auf den einen, ne? Oder? Ich glaube ich auf mehrere. Natürlich schön, wenn ich auf mehrere treffen würde, da. Sooo. Bin ich beim ersten Aufzug, oder wie? Ich weiß, der Aufzug steht auch schnell. Ich bin mir sicher, wenn wir uns in diesem Schopen-Visil finden, finden wir einen weiteren Schlüssel da. Oder so, der uns hilft. Vermutlich, ne? Okay, wir können hier lang, da ist nix. Oh, ein neues Gespräch. Hm. Hm. Das ist ja, warum die meisten nicht erinnern. Das ist ja, warum die Rennons haben. Aber warum würde die Rennons etwas so tun? Unless... Es wäre die Spiele der Kriege. Es muss sein, dass die Rennons die Dänons verletten und verletten in der Vergangenheit. Oder eher, dass die Rennons die Rennons verletten können. Die Rennons die Rennons verletten können. Die Rennons verletten von einem Kommander von einem gewissen. Sie vielleicht sogar waren ein Dänon-Hero. Ein Hero, oder? Ein Verletten-Hero, vielleicht. Ich liebe es, dass das alles fallen, in die Hand zu fallen. Aber es ist toll, dass so viel davon hat, dass es so viel übergehen geht. Oh, wieder viel Sonnenschen, aber wir hatten das Mimimi. Chill doch mal Mädchen. So, Batsch, Batsch. Oh. Und als Blattung können wir eine Truhe wieder mit einem Trunk. Nichts großartiges, aber okay. So, hier machen wir mal auf. Atsch. So. Okay, so, öffne dich. Arthrosenbluse. Okay, das scheint dann für dich zu sein, oder wie? Ja, für sie. Dann bringt es nochmal ein Stück besser. Okay. Können wir das hinfbar hier jetzt irgendwie? Ja, schon mal nicht. Schade. Hätt ich gut gefunden. Vielleicht viel, wenn so vieles Kleiderschuk und Soros ein Stück machen würden. Hier können wir nochmal. So. Fack. Oh. Boom, boom, boom. Ich hab den Hund eigentlich mal mitbekommen, ey. Statt zu sagen, so. 5.500 Geld, okay. Haben sie die FPS hier ein bisschen komisch? Oh. Bo, boom, 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 boom. Zack. Endlich, die beiden mal wieder, wey. Zack. Sehr schön. Darauf habe ich mich gefreut. So, wir könnten jetzt hier weiter gucken. Falscher Knopf. Weiter gucken, oder wir gucken hier in den Raum. Gute Mal ist wir hier. Obwohl, noch nicht. Da ist nur eine Truhe zu sehen. Gute Mal. So, und. Boom. Patschpatsch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh, ich habe jetzt mal 300 Leben für mich. Zack. Oh, Mann. Warte mal. Oh, Mann. Das Ende ist jetzt. BAM. Haben wir die roten fertig gemacht. Schön an die Wand gesparrt und dann niedergestreckt. Da ist immer Platz für Verbesserungen. So, und hier ist aber schon was für mich. Wie zum Beispiel das da? Und dort in den Knopf. Um. Cool. Du denkst, der Elevator ist jetzt aktiviert? Das sollte sein. Lass uns schauen und herausfinden. Wir kommen für dich, Genevelde. Irgendwo hier. Wie lang vielleicht? Ah, da. Ja, ich will die... Ja, ich will die Elevator untersuchen. Heifelszahler willkommen. Cool. So. So. Du sagst, wir sollten die Elevator schauen? So ein Stück haben wir jetzt. Ach ja, stimmt. Wir wollen hier nochmal ins... ...Elevator gehen, ne? Stimmt, da war ja was. Hier ist nichts. Da sehe ich, habe ich es entdeckt. Durch die Wand durch. Wer wacht da nämlich, was? Ich werde dir nicht übergeben. So. Es ist vorbei. Hör mich. Hör mich. Hör mich. Hör mich. Hör mich. Es ist vorbei. Jetzt du siehst, was ich kann. So. Boom. Ach, fallen stärker. Wenn die da gestrickt sind. Ah, das geht. Nice. Gut. Sind wir glaube ich, hier fertig, ne? Ist wir jetzt zurück zum Aufzug laufen? zu dem hier, ah natürlich ist er jetzt auch ein roter Ritter vor, natürlich sooo, nicht zu viel zuck zuck oh wow wow ok boom ok, wie es im nächsten Stock weiter geht, sehen wir dann in der nächsten Folge würde ich sagen, also haut rein, tschau tschau